So verehrte Nachbarn, für euch ein Stück aus den frühen 80er Jahren von Elton John. Der Legende nach hat er an der Berliner Mauer einen Russen kennengelernt, der russischen Soldaten hat sich in ihn verliebt und das hat ihn dazu bewogen, ein Lied zu schreien für euch heute Abend, Nikita. Untertitelung. BR 2018 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 Berlin